Ach, Schule ist so sch***e! Mathe lernen oder schlafen? Mathe lernen oder... Es ist ja erst 15 Uhr, dann kann ich ja nochmal ganz kurz die Augen schließen. Nein! Emily, kannst du mir bitte die... Ich hab die Lernzettel... Nein! Mama, ich bin krank, ich kann mal nicht zur Schule. Nein! Bessi, hast du schon für Mathe gelernt? Hast du Lernzettel? Kannst du mir die schicken? Wer macht denn seine Lernzettel noch selber? Und wie lernst du dann? Ja, natürlich mit NoUnity. Da erstellen Schüler in unserem Alter Lernzettel und laden das da einfach hoch. Und da hast du kostenlosen Zugriff drauf und damit lerne ich den ganzen Tag. Lad's dir mal runter. Das ist richtig geil. Mach ich. Ja. Was denkst denn du, warum ich immer einsen schreibe? NoUnity ist ja richtig geil. Ich weiß, ich bin die Beste. Oder NoUnity?